Chatbots einfach erklärt. Chatbots beantworten Fragen und schreiben Texte. Sie dienen als digitale Helfer in der heutigen Informationsflut. Sie ermöglichen Dialoge zwischen Menschen und Maschinen. Wir treffen diese Assistenzsysteme häufig beim Online-Shopping an. Sie beantworten Fragen zu Produkten oder sie entlasten die Kundendienste von Banken, Versicherungen und Krankenkassen. Es gibt immer mehr Chatbots für spezielle Themen, zum Beispiel für Rechtsfragen, Fitness- oder Karriere-Tipps. In einem modernen Chatbot gibt ein künstlich intelligentes System die Antworten. Es schreibt seine Antworten Wort für Wort. Dabei wählt es jeweils das wahrscheinlichste nächste Wort aus. Es berücksichtigt den bisherigen Chatverlauf. Während seines Trainings hat es viele ähnliche Textbeispiele gesehen. Auf diese Weise funktioniert auch Chat-GPT. Es erkennt Muster in den Fragen. Dazu nutzt es Algorithmen des maschinellen Lernens. Es wurde mit immens großen Datenmengen trainiert. So hat es gelernt, Sprache und Zusammenhänge zu erfassen. Chatbots kommunizieren immer natürlicher und persönlicher. Manche Modelle lernen durch den Austausch mit uns. Chatbots dienen heute überall dort, wo wir online nach Antworten suchen. Bald schon befragen wir sie nicht mehr gesondert. Wir begegnen ihnen zunehmend in unseren alltäglichen Programmen oder Apps. Dort unterstützen uns die digitalen Helfer unauffällig im Hintergrund. Rund um die Uhr, wo immer wir sie brauchen.